So, wir sind jetzt am Stand bei der Firma RestTube und bei mir ist die Kathi Schlimm. Moin. Kathi, ihr habt bei euch auf dem Stand so kleine schwarze Verpackungen, die in der Wasserrettung oder auch privat durchaus nützlich sein können. Was ist das? Was kann ich damit machen? Erzähl doch mal. Also du hast hier in der Hand die RestTube Classic. Wir haben verschiedene Modelle, drei Stück zum Selbstschutz und eine zur Fremdrettung, die Lifeguard. Das ist ein Auftriebskörper, der klein verpackt hier an der Tasche, an der Hüfte sitzt und bei Bedarf ausgelöst werden kann. Da stecken 75 Newton drin. Es reicht, um Kopf und Schultern über Wasser zu halten. Jetzt hat man Zeit. Jetzt kann man klar denken, gucken, wo hole ich mir Hilfe. Man kann signalisieren. Man hat die Warnfarbe und man hat hier auch eine Pfeife dran. Genau. Wie funktioniert das System? Also man kann hier sehen, hier ist eine CO2-Kartusche, 16 Gramm. Wenn man hier am Auslöser zieht und ihn betätigt, kommt eine kleine Nadel in die Kartusche. Das Gas strömt in den RestTube und die bläst sich auf. Binnen einer Sekunde, einer halben Sekunde. Genau. Wir haben hier auch noch ein Mundventil. Das heißt, man kann manuell Luft ablassen oder entsprechend wieder hineinpusten. Weiterhin an der Tasche, sprattender Handtricks, sehen wir, man kann sie sowohl horizontal als auch vertikal am Körper befestigen. Hier beispielsweise trage ich die Lifeguard für die Fremdrettung horizontal. Der Auslöser zeigt nach unten. Mit einem kräftigen Ruck haben wir Zeit gewonnen und können wieder Leben retten. Was ist der Unterschied zwischen der Lifeguard-Version und der, ich sag jetzt mal, zivilen Version davon? Lifeguard ist für Retter speziell. Die haben wir zusammen mit der SLRG, mit der DLRG Wasserwacht gemeinsam entwickelt. Es entstand das erste Produkt, diese gerade Boje, die dann später in der Lebensrader-Version gekrümmt mit vier Ösen, die man dann um den zu rettenden legt, ja, entstanden ist. Gemeinsam treten wir ein für mehr Sicherheit und Freiheit im Wasser. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank für das nette Gespräch und wir hoffen, dass natürlich niemandem etwas passiert, dass man das nie nicht gebrauchen muss, weil solche Lagen gerade auf dem Wasserwasser hat keine Balken, ganz gruselig, immer dabei hat. Und ja, wir schauen uns noch mal ein bisschen auf der Messe um und tschüss.